Wir gönnen uns jetzt ein Video von Alan Bang. Frauenklären-Prank. Let's go! Was ist das? Hallo! Was ist das? Was machst du? Warum sofort? Ach, das ist die... Musst du hier spielen? Nein, nicht spielen. Was ist das? Nicht mal spielen, nicht mal nicht. Kollege, was machst du hier? Ich hab dir Hausbot gegeben. Suchst du Stress? Nein. Ich geb dir 10 Sekunden, dass du hier nicht mehr bist. Kollege, alles gut, Kollege? Alles gut, ja. Ich bin der Bernhard. So, meine Freunde, Tatütata, Alan Banguic ist schon wieder da, meine Freunde. Und heute mit einem neuen Prank. Ich bin heute Bernhard Nördovic und ich kläre heute Chayas mit meinen Brattern. Wie heißt du? René. René, mit René, meine Freunde. Tatütata, abonnieren, kommentieren und rasieren. Ey, ich rasier dich gleich, helle. Kollege, wir fangen an. Kollege, kannst du mir erklären, wie ich Chayas klären kann? Ja. Chayas, ich möchte Chayas klären, aber die geben mir immer Körbe, die Chayas. Keine Ahnung, was ist das? Ich will heiraten, eine Chaya. Aber die sagst du immer, ja, du bist voll Nerd, du bist voll Nerd, du kriegst meine Nummer nicht. Kannst du mir ein paar Tipps geben vielleicht? Dann hast du Pech gehabt. Ah? Weiß ich nicht. Ja. Wenn er sowas sagt, dann stimmt was nicht, oder? Was stimmt nicht? Ja, weiß ich nicht. Kannst du mir ein paar Tipps geben vielleicht? Ja, kann ich nicht. Ich bin traurig, ich bin mit 30, ich bin schon, ich bin schon 30 und immer noch Jungfrau. Ich bin mehr Jungfrau als Eichengül. Eichengül hat zumindest mal. Hallo. Hallo. Hallo Tim. Ähm, ähm, äh, ich wollte eine Nummer haben. Das ist nicht mein Typ. Und deine vielleicht? Auch nicht. Warum? Ich verstehe auch Kanake. Hä? Auch Kanake. Und ich bin kein Kanake? Nein. Mädels. Könnt ihr mir vielleicht zeigen, wie ich Chayas kläre? Ich kläre schon den ganzen Tag Chaya. Kannst du dabei helfen? Ja? Wirklich. Was soll ich machen? Du gehst zu einem Mädchen. Ja. Sie sagt, sie macht ihr Komplimente. Sie sagt, sie ist wunderschön, wie sie ist. Kann ich so machen? Nein. Warum? Aber es macht mir Spaß. Guck mal. Mach mal so. Das macht dir Spaß, oder nicht? Manche Mädchen gefällt das nicht so. Manche? Aber welchen Mädchen gefällt das? Genau so wie du, Mädchen. So wie ich? Aber ich bin kein Mädchen. Aber Mädchen so wie du. Irgendwann wirst du dich richtig gefühlt. Kannst du mir ein paar Tipps geben? Weiß ich nicht, Junge. Was kann ich an meinem Style verändern? Der arme Typ. Vor allem das Mädchen. Ich würde... Ey. Was war das für eine Antwort? Vor allem warum erklärt sie sich bereit, dass das hochgeladen wird? Ich stehe nur auf Kanaken. Weiß ich nicht. Passt mein Style nicht? Siehst du gut aus. Alles ist anders. Ja? Ich sehe top aus. Ich muss die Mütze anders rum tragen. Schild nach hinten. Ja? So wie alle... Ja, siehst du. So ist jetzt modern. Naziste, ganz andere Mensch. Jetzt kann ich Chayas klären. Jetzt kannst du reingehen. Rein in die Masse? Aber wie? Volle Pulle. Ja? Schönen Tag noch. Danke, Kollege. Okay, meine Freunde. Ich glaube, daran liegt es. Die Mütze muss andersrum sein und dann läuft mit Chayas. Ja? Jetzt weiß ich Bescheid. Mama. Ich mache lieber so, weil so sehe ich nicht, wie schön ihr seid. Nein, ich gehe jetzt so. Ich gehe nach Hause. Was ist los? Was ist das denn? Ey, was ist los, Bruder? Ich weiß nicht, Kollege. Warum? Ey, was ist los? Was machst du? Geh weg, geht weg. Warum aggressiv? Hallo. Warum? Warum so vor aggressiv? Danke, Kollege. Jungs, warum sind die so aggressiv? Könnt ihr mir helfen, Chayas klären? Nein. Ich möchte Chayas klären. Nein, wir können nicht. Bitte helfen. Wir können nicht helfen, einfach gehen weiter. Bitte. Geh weiter. Geh weg, Bruder. 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 Bitte. Was ist das? Hallo. Was ist das? Hallo. Was machst du? Warum so? Warum Berlin Libanese immer aggressiv? Bist du Libanese? Nein. Welche Land? Hallo. Hallo. Ich heiße Bernhard. Ich heiße Ola. Ola? Ola. So wie auf Spanisch. Hallo? Ja. Hallo. Ola, Ola. Wie alt bist du? 21. 21. Und du? Ich bin 22. 21 ist die Land. Die ist doch keine 21. Ola. Wie alt bist du? Nein. Geh weg. Warum nicht so weit? Sie haben Probleme. Hat sie 21 oder 29 gesagt? Ola. Ola. Hast du Lust mit mir Kaffee zu trinken? Bitte. Nein. Entschuldigung. Ich warte auf meine Freundin. Ich habe nicht so viel Zeit. Ja. Bei Starbucks. Okay. Guck mal, hier ist Bananenkuchen. Danke. Ich bringe gleich Kaffee, ja? Oder wie nett ist sie? Junge, was für eine Vernünftige. Die sieht auch so aus. Ich habe ein bisschen Zucker genommen. Ich weiß nicht, wie viel du trinkst. Deswegen habe ich... Das ist viel. Ja, aber ich weiß nicht, wie viel du willst. Wir Stöcke auch für... Das ist zu viel. Ja. Das ist aber... Egal. Wie, brauchst du mich? Ja. Vor allem wie sie redet. Braust du einen? Voll sympathisch. Ich küsse auch ihr Herz. Ich habe... Ich habe heiße Schokolade genommen. Weil meine Mama erlaubt mir, keinen Kaffee zu trinken. Ja. Wie heißt du? Ola. Achso, ich habe schon gefragt. Ja. Und ich habe dir schon gesagt. Ah? Ich habe dir schon gesagt. Ja. Die ist anders sympathisch, wa? Warum lachst du? Nein, nichts. Alles gut. Alles okay? Weil ich habe gerade gedacht, ich habe einen Witz erzählt oder so. Weil ich habe gar nicht mitbekommen. Vielleicht... Weil ich wollte auch mitlachen. Vielleicht habe ich einen Witz gerade erzählt. Nein, habe ich keinen erzählt. Alles okay. Ja? Willst du Zucker? Ja. 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 Die ist so verrückt. Guck mal. Wie gehört doch einer an der Waffe. Los, los, los. Ey, wo findet er diese Kandidatin immer? Was los? Äh, äh, was so... Kannst du weg? Kannst du weg, bitte. Na los, los, weg. Nicht... 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 Ah! Komm. Lass hier bei mir spielen. Kannst du weg spielen? Kannst du weg spielen? Nichts Kinder. Ich habe keine Kinder. Ich... Ich habe keine Kinder. Ja, ich habe keine Kinder. Ich habe keine Kinder. Kannst du mit mir spielen? Nein, nicht spielen. Nein, nicht spielen. Bitte, weg. Bibi, bleib. Bleib mal kurz. Ah! Ah! Boah, ich hätte dem so eine geballert schon. Boah! Ah! Was ist los? Hä? Was willst du zu? Ah! Hast du Hunger? Oder weißt du, spielen bei mir? Ah! Hast du weg, Habibi? Weg, weg. Hast du weg. Ah! 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 Du bist Palästina. Ja, weißt du, Palästina? Ach, du bist von Palästina, Herr Salami. Ja, Herr Salami. Bei mir spielen, geht nicht bei mir. Ich nicht spielen. Was? Ich spiele so, guck. Ja, mag nicht, Peter. Warum? Warum? Ich brauche Hilfe. Ja. Kannst du mir klären von Palästina, Frau? Nein. Du musst anfangen nach Palästina und kannst du verheiratet. Hier nicht, Deutschland? Ich bin, rufen, kommen Leute. Ja. Eine Frau oder so. Ja. Ja. So, aber nicht. Ich bin nicht Muhtar. Weißt du Muhtar? Muhtar? Ja. Weiß nicht, weiß auf Deutsch. Ja. Weil ich habe gedacht, so gerade war ein Witz oder so. Verstehst du? Ja. Die Arme. Entschuldigung, alles okay. Alles gut, ja? Du bist sehr nett. Ich bin sehr nett, ja. Siehst du, das ist das Allerwichtigste, dass man die Frau zum Lachen bringt, oder? Ja. Ja. Ja, siehst du? Ja. Ja, siehst du? Ich bin so cool. Die lacht einfach, ohne dass ich was sage. Ich schwöre, Ellen hat sich anders verliebt, wa? Ja. Ich glaube, wir schreiben ihn gleich mal an und fragen ihn, ob er sich in die verliebt hat oder nicht. Vielleicht sind die mittlerweile sogar zusammen. Scheint sehr nett und sympathisch zu sein. Hast du Konkurren? Ein bisschen. Willst du keinen Bananenkuchen? Nein. Ich aber schon. Warum lachst du die ganze Zeit? Bin ich wirklich so gut? Weil ich sie gut auf dem Fußbohlen sah. Auf dem Fußbohlen? Kennt ihr diese Frauen, die immer nur am rumheulen sind? Die immer nur am meckern sind? Sie ist das absolute Gegenteil. Nur gut drauf die ganze Zeit. Super nett, super freundlich. Wo gibt's denn sowas? Hier, kannst du die Tüte behalten? Nein. Nein. Kann ich hier sitzen? Nein. Weil... Was ist das? Was ist das? Gefällt dir das nicht lustig? Du bist sehr lustig. Ich glaube, wir müssen heiraten. Weil meine Mama hat gesagt, ohne heiraten geht gar nichts. Weil ich brauche fünf Kinder. Das ist zu viel. Das ist viel. Ich habe keine Lust. Fünf Kinder. Das ist zu viel. Wir schaffen das nicht. Ja. Alles gut? Boah, der legt sich auch mal mit Leuten an. Ich habe ihn nur gefragt so, weißt du so. Was machst du so? Was machst du so? Was nimmst du so? Ich habe ihn gefragt nach... Wollte er fragen, wollte er antworten. Hat er antworten. Aber was ist das? Was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet das? Ich habe nur... Willst du Probleme? Nein, ich will kein Problem. Ah, okay. Geh weg. Ja, ich habe nur... Ja, was bedeutet das eigentlich? Alles gut. Geh weg. Nur... Bruder, nimm dich jetzt weg. Geh weg von hier. Warum? Geh weg. Warum? Warum? Warum aggressiv? Warum? 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 Ich habe nur... Geh weg. Warum? Los, Bruder. Los, Bruder. Los nicht, hier, Mann! Hey, Jungs, eine Frage. Wisst ihr, wo hier... Limberger Platz ist? Hä? Ich hab kurz gezogen, genau. Warum? Geh weg, geh weg. Warum? Was, warum, wie Mädchenstimme, warum? Warum? Ich habe nur gesagt... Wir wollen nicht antworten, reicht jetzt. Ich wollte fragen, wo ist... In meiner A**, in meiner Tasche vielleicht. Was ist das? Geh weg von mir. Okay. Okay, okay. Geh weg von mir. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Warum? Bist du Libanese? Bist du Libanese? Zwei. Weil du sagst, ich bin Liban... Geh weg. Okay. Und das ist für Kinder oder für dich? Das ist für mich, guck. Ja. Ich schwöre es euch jetzt ohne Spaß. Schreibt mal im Chat rein. Das geht aber nur an die Jungs im Chat. Würdet ihr diese Frau sofort heiraten? Seid ehrlich. Das ist lecker, willst du? Nein, nein. Weißt du? Du bist ein netter Typ. Du bist sehr, sehr nett. Aber ich muss los. Danke für Kaffee. Ja. Aber schreibst du mir noch auf Instagram vielleicht? Ohne Scheiß. Aussehen. Vollkommen egal bei der. Jetzt ohne Witz. Aussehen. Vollkommen egal. Die ist so sympathisch. Ich hab ja gesagt, dass ich Bernhard bin. Aber ich bin nicht Bernhard. Ich heiße eigentlich Alan. Alan? A-L-A-N. Dann Space. Ja. Wow. Was ist das? So viel. Ja. Ja, weil ich mache Videos über Spielzeug. Das ist cool. Abonniert. Hast du mich abonniert? Ja. Danke schon. Wow. Sido folgt mir. Cool, oder? Ja, das ist cool. Kennst du Sido? Ja, ja. Ich mag seine Musik. Cool. Sehr cool. Und Apache, ja? Heißt der Apache. Apache. Magst du ihn auch, ja? Ey, ich wusste es. Hab ich das nicht prophezeit eben? Hab ich euch nicht gesagt? Nach dem Video schreiben wir ihn an und fragen ihn, ob er versucht hat, sie zu klären. Er zeigt es einfach selbst. Er zeigt es einfach selbst. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Pssst. 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 Ey, ist Berlin so weich? Er hat noch nie eine geballert gekriegt. Ist Berlin so freundlich oder weich? Oder, ich weiß es nicht. Was der da reißt, ist nicht mehr normal. Hat er schon mal eine geballert gekriegt? Ich glaub nicht. Bist du normal? Pssst. 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 Kollega, kannst du bitte helfen? Ich will Chayaks klären. Ist aber geil, wie der zu Ellen sagt, guck mal, wie du aussiehst. Geh mal bitte weiter. Bist du Punjabi? Nee, ich bin nicht Punjabi. Pakistan? Ich bin nicht Pakistan. Ich bin Deutsche. Deutsche bin ich. Warum Probleme? Ich bin Deutsche, passhaft. Warum Probleme? Warum sofort aggressiv? Kollega, ich brauche nur Hilfe. Geh mal, mach mal deine Mütze erst mal runter. Ich brauche Hilfe von dir. Mach mal bitte erst mal deine Mütze runter, dann red mit mir weiter. So, deine Brille, komm, wie du damit aussiehst. Ja, jetzt, was? Was brauchst du? Kollega, ich will Chayaks klären. Kannst du mir helfen? Was soll ich machen? Ich brauche Tipps und Tricks. Ich habe keine Tipps und Tricks. Bitte, Kollega, ich zahle dir Coaching, Andreas Lorenz. Nee, nee, ich brauchst du was nicht. Kannst du bitte, Bruder, ich brauche nichts. Bitte, Kollega, weil ich bin mit 30 Jungfrau, immer noch keine Chaya. Bruder, soll ich machen, dass du eine Frau bist? Kannst du mir das erklären? Ja, du kannst mir vielleicht auch helfen. Bruder, ich kann nicht. Tut mir leid, ich bin nicht tot. Du kannst, bitte, bitte, bitte. Der musste sogar lachen. Der musste sogar lachen. Hey. Wo, wo, wo! Warum? Es reicht doch. Warum sofort aggressiv? Geh mal mal irgendwo. Warum sofort aggressiv? Das ist Reportage. Spiegel TV. Spiegel TV. Die Reportage, Spiegel TV. Hallo. Warum sofort aggressiv? Hallo. Hey Jungs. Wie der gezuckt hat. Bruder, richtiger Boxermove. Geht voll weit runter. Chayas geklärt. Warum lachst du? Warum lacht ihr? Ich hab heute Chayas geklärt. Aber es läuft nicht. Die wollen mir die Nummer nicht geben. Was kann ich machen? Du musst ein bisschen wie ein Mann sein. Du musst richtig stabil sein. Ich bin noch stabil. Du musst stabil sein. Ja, nicht ganz. Du bist nicht so ganz. Du musst so fit sein wie richtig. Kanacke weißt du. Diese Tipps. Du musst stabil sein. Bruder, bin ich stabil? Bin ich stabil? Kommt, gehen wir mal auf Weiberjagd, Leute. Ich werd jetzt richtig stabil. Du musst breit sein. Du musst stabil sein. Jetzt werden die Frauen aufgerissen. Du musst ein Mann sein. Oder ich muss meine Haare erstmal abschneiden. Denn mit langen Haaren ist man kein Mann. Jetzt so geh ich Frauen das nächste Mal klären. Ich bin nicht aus Deutschland. Ich bin aus Russland. Du musst dann noch stabiler sein. Du musst noch stabiler sein, weil er aus Russland kommt. Ich komme zu Chayas. Stell dir vor, du bist Chaya. Warum lacht ihr? Ich komme zu Chayas. Hallo, ich bin der Peter. Das muss nicht so sein. Das muss nicht so sein. Du musst nicht weinen. Du musst stabil sein. Mach das weg. Mach diese auch weg. Mach das weg. Mach diese auch weg. Ich muss auch was im Freak warten. Wo ist meine Mario-Mütze erwartet? Ich schwöre dieses Video. Hätte die Mario-Mütze verdient. Wir wollen nicht richtig ein stabiler Küster. Guck. Guck. So. Stabil. So musst du richtig stabil sein. Mach mal rücken gerade. So und so. Wie nett sind die vier. Ich habe jetzt gedacht, die mobben den richtig. Das sind richtig stramme Jungs. Hammer. Feier ich. Okay. Zu Chayas sagst du Hallo. Hallo Chaya. Von meiner Kindheit. Ich dachte die Chayas die mögen wenn man was zu erzählen hat. Und ich kann über diese Mütze vieles erzählen. Weil damals ich habe damit gespielt mit dem Hund. Und wir haben viel gespielt mit dir und das war schöne Zeit. Chayas brauchen richtig stabile Typen. Chaya braucht einen Mann weißt du. Ja. Richtiger Mann. Das ist Comedy Gold was da gerade abgeht. Das ist Comedy Gold. Kannst du Liegestütze machen? Ja. Zeig mal wie du kannst. Kannst du zeigen was das ist? Weil liegen muss ich liegen? Weißt du was das ist? Nein. Mach so Liegestütze. Zeig mal bitte wie. Mach so Liegestütze. Warte. Kannst du halten? Ja. Nee Bruder. Kannst du nicht. Kannst du bitte helfen? Ich steh. Ah. Musst du jeden Tag machen. Kannst du gut. Komm mal du hast jetzt noch ein bisschen viel. Wenn du morgens aufstehst musst du es Glücklich dazu machen. Ja. 15 Mal jeden Tag. Und dann kommen die Chayas? Wir kommen Chayas. Dann kommst du dort weißt du. Dein Junge ich komme gerade nicht auf mein Leben klar. Wie korrekt sind die? Kaufen muss auch so stabil auf sein. Kannst du zeigen wie? Zeig mal Lauf mal. Zeig mal wie du kannst. Kann wieder gehen. Stabil sein. So sicher sein. Du musst zeigen. Du bist. Kannst du zeigen wie geht das? Muss so laufen. Du läufst. So. Ja richtig. Ja genau. Ja. Kannst du nachfragen ob du. Aber kann einer mitkommen? Kannst du mitkommen? Ja komm mit dir. Komm. So. Nein nein nein. Habt ihr gesehen wie der geht? Habt ihr gesehen wie der geht? So geht der. So so original so. Ich küsse doch euer Herz. Genau genau. Genau genau. Präschter. Hallo. Hi. Ich bin der Peter. Englisch? Äh I'm Peter. Can you give me your number? Nein. Nein. Wenn du eine Frau ansprichst musst du deine Beine ganz locker machen. Beim Ansprichst musst du deine Beine locker machen. So richtig breit bei dir stehen. So richtig breit bei dir stehen. Ich kann nicht mehr Junge. Das ist das beste Video von dem. Blockkammer. Ich kann nicht mehr sein. Nein. Hey. Du kommst hier nicht rein. Was sind das für Menschen da? Man versteht überhaupt kein Wort. Bis besoffen. Ey. Ey Kollege. Kollege. Ich seh dich hier. Ey Kollege. Was machst du hier? Ich hab dir Hausverbot gegeben. Suchst du Stress? Nein. Ich geb dir 10 Sekunden, dass du hier nicht mehr bist. Entschuldigung. Das ist die. Ich hab dir bewusst gemacht. Ich weiß nicht was. Sucker blöd. Kollege. Diga, ich glaube das ist der beste Freund dieser Welt. Mit dem muss man chillen, Digga. Bei ihm gibt's Lachkick ohne gar nichts. Was? Was? Was gucken wir hier? Leute, ich... Mit dem Schiff mal lacht ich, ohne was zu sagen. Bernhard ist da. Ich denke, das war gerade ein würdiger Abschluss für das Video. Ihr könnt wie immer eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Wir sehen uns in einem nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.